Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich den Scarabus Batchstrand für euch. Ja, es ist jetzt schon fast, nein es ist tatsächlich ein Jahr her, dass ich mein erstes Outdoor-Video gedreht habe. Und ich muss sagen, das ist was, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Und mein erstes Video war tatsächlich hier an diesem See. Es war auf einem anderen Steg, ein bisschen weiter dort hinten. Und ich dachte mir, Mensch, das ist jetzt ein Jahr her, drehst du einfach wieder am Sehen-Video. Und was gibt es da passenderes als Whisky, als einen Scarabus. Damals war es der Scarabus Secret Isla Whisky, ist ein Pated Single Malt von der Insel Isla, geheime Brennerei. 40 Prozent hatte der und ist einer meiner liebsten, so Trink- und mit Freunden am Abend-Whiskys gewesen im letzten Jahr. Und da dachte ich mir, verkoste ich doch mal was Neues aus dem Hause Scarabus. Und da gibt es zum einen den zehn Jahre alten, den ich auch unbedingt mal probieren möchte. Und den Scarabus Batch Strength. Handelt sich also um eine Fassstärke, hat 57 Prozent. Und ist weiterhin geheimer Isla Whisky. Ist von der Verpackung her ein bisschen cleaner gestaltet, nicht ganz so auffallend, ein bisschen weißer. Wir haben trotzdem hier oben diese leichten Gold-Elemente. Und ich kann euch sagen, sowas zu bedrucken mit so einer Lackierung, dass es auch so golden glänzt, ist gar nicht so ungünstig. Das hat auch so eine Prägung hier drin, wenn man da so mit der Hand drüber geht. Also es ist auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr hochwertig produziert. Und einfach auch mega von diesem Art-Design einfach, finde ich immer noch. Also super, super auffälliger Whisky. So, ich muss aufpassen, dass mir bei diesem Steg hier nichts ins Wasser fällt, weil diese Lücken zwischen den Balken etwas größer sind als bei dem anderen Steg. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt sehen. Es ist sehr sonnig, es ist sehr warm, es gibt sehr viele Mücken dieses Jahr. Es ist ein bisschen erschwerte Bedingungen. Genau. So sieht die Flasche aus vom Etikett her. Sehr, sehr ähnlich zum alten Scarabus. Auch wieder dieses auffallende Gold-Etikett sehr aufwendig gestaltet. Und ich muss auch sagen, mir ist am Anfang, weil die Flaschen sich sehr, sehr ähnlich sehen, nicht mal unbedingt ein Unterschied aufgefallen. Ich habe bei Home of Mauts per Zufall im Newsletter, im Angebot, entdeckt, dass es überhaupt entdeckt, dass es noch was anderes von Scarabus gibt. Und dann dachte ich mir so, Mensch, das will ich unbedingt probieren. Und habe mich für die Batch-Strength entschieden und bin auch sehr gespannt auf den Zähner. Also sobald die Flasche alle ist, kommt der Zähner ins Haus zum Probieren. Genau. Ich schaue euch gerade, ob es noch irgendwas Besonderes gibt. Natürlich aus dem Hause Hunter & Lang. No artificial coloring or chill filtration. Also der ist wirklich so pur, wie er aus einem verheirateten Fass kommen kann. Und er hat nicht viel Sonne in seinem Leben gesehen, der Junge. Ei, ei, ei. Also er ist, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich kann es ja mal so ein bisschen versuchsweise davor halten. Er ist mega, mega blass. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe erinnert mich so ein bisschen, es ist ein bisschen, bisschen goldener, bisschen farbiger als ein, jetzt fällt mir der Name nicht ein, als der Big Strand. Auch ein grandioser Whisky, auch Secret Island, auch wenn es da so Vermutungen gibt, welche Brinnerell es sein könnte. Und der ist auch wirklich mega, mega blass. Von der Farbe her könnte man schon fast in Richtung Artbag denken, die sind ja auch immer relativ blass. Aber Farbe ist, wie gesagt, auch wenn der nicht gefärbt ist, sind natürlich andere Whiskys gefärbt in dieser Welt. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig manchmal. Es raschelt wieder in der Seite. Mücken. Ich glaube, ich muss in Bewegung bleiben. Autan hilft auf jeden Fall nicht gegen diese Mücken hier. Was mir an der Flasche auch besonders aufgefallen ist, was ich ziemlich cool fand. Zum einen, hier oben, Scarabus Isla, ist so eingeprägt richtig in die Flasche. Hier hinten ist nochmal dieses Alchemiker-Symbol drin. Also man hat wie so eine Weltkugel, die gleichzeitig auch eine Flasche ist. Ich blende euch das Symbol mal ein. Vielleicht kann mir jemand sagen, was genau es bedeutet. Ich finde, es sieht aus wie so eine Weltkugel, die gleichzeitig eine Alchemistenflasche-Apparatur ist. Irgendwie sowas. Und hier unten ist nochmal Hunter & Lang Company Ltd. eingeprägt. Ist auch eine sehr, sehr dunkle Flasche. Wahrscheinlich, um die so blasse Farbe des Whiskys zu verstecken. Damit das keiner aus Versehen für Wodka hält oder so. Weiß nicht. Also jetzt kann sich zumindest mal keiner über die Trinktemperatur des Whiskys beschweren. Der ist warm. Ich weiß auch noch nicht, ob das so die Idee war. Eine Fassstärke hier am See in der Sonne zu probieren. Aber wir probieren sie. Boah, der ist sehr speckig. Der erinnert mich, so von der Nase her, gerade sehr an den Kalleiler. Zu dieses fleischig-grillen. Ein bisschen aschig-raurig, aber nicht so zitronig wie ein Artback oder so. Aber irgendeine helle Frucht ist auch dabei. Entschuldigt bitte das Glas. Ich habe hier nichts anderes. Und ich habe vergessen, meine Gläser mitzubringen. Da ist auch noch irgendwas Helles mit dabei. Was Fruchtiges. Wie so eine Aprikose oder sowas. Steht hier was zu den Fässern drauf. Ne, leider nicht. Schade. Das wäre interessant, in welchen Fässern der lag. Aber der riecht auf jeden Fall geil. Slange. Er ist sehr kräftig. Er hat ordentlich Bums. Der Alkohol ist, finde ich, schön eingebunden. Aber man merkt, dass er halt Alkohol hat. Also es ist angenehm. Es ist nicht dieses ethanolische Brennen. Aber du merkst trotzdem 57%. Also der geht da ganz schön, der brennt sich ganz schön ein dann doch. Ist sehr, am Anfang finde ich, sehr, sehr salzig. Schon fast so ein bisschen wie so ein Lafroig. Und dann, diese Süße kommt tatsächlich erst hinten raus. So dieses, diese Aprikose, die ich so leicht hatte, ist hinten ganz kurz da. Am Anfang ist es wirklich eher so Salz und Rauch. Und jetzt ist der total trocken im Mund. Also es ist richtig, richtig aschig. Und ja, der ist überall. Also der ist wirklich Asche im ganzen Mund verteilt. So ein bisschen, das bringt mich tatsächlich dazu, zwischen Artbeck und Kalleiler zu schwanken. Vom aschigen, trockenen, rauchigen Händen raus. Dieses sehr salzige. So richtig fleischig ist er nicht. Ne, wie, also ein Kalleiler ist für mich immer sehr fleischig. So wie Grillen. Wie Steak auf dem Grill, was in der Asche fällt. Wohingegen halt Artbeck eher die ausgekühlte Asche schon ist. Die wirklich staubtrocken ist. Kein Gramm Fett drin. Und der hier schwankt so ein bisschen dazwischen. In der Nase ist der super, super fleischig. Super, super speckig. Er hat so diese würzigen Aromen drin. Aber im Geschmack ist der... Ich hab jetzt, ich hab kurz verwundert geguckt. Ich hab jetzt deutlicher diese Süße geschmeckt. Am Anfang, beim zweiten Schluck, viel, viel deutlicher. Und dann kam noch sowas wie so leicht Schokolade oder so geröstete Kaffeebohnen. Oder manchmal hat man ja diese Mokka-Schokolade, die so eine verrückte Mischung aus Schokolade und Kaffeebohnen ist. Irgendwie sowas. Hatte ich jetzt so zwischendrin. Und dann ist der hinten raus so richtig kurz... Hat er so einen ganz komischen Geschmack gekriegt? Kann ich gar nicht so richtig beschreiben, was das ist. Es ist nicht richtig fenolig. Es ist irgendwie bitter, aber gleichzeitig sauer. Ich hab sowas noch nie geschmeckt, aber ich weiß, dass es da nicht so richtig reingehört hat an der Stelle. Vom Geschmacksprofil her. Und dann hinten jetzt wirklich so, wenn man so ein bisschen palabert und geschwafelt hat, bleibt sehr viel Asche und so trocken alles zurück. Also ich muss sagen, der ist bei weitem nicht so leicht trinkbar wie sein dünnerer Bruder, nenne ich es mal. Also für einen Abend mit Freunden ist der schwierig. Ich hab den tatsächlich auch schon an einem Abend mit Freunden ausgeteilt, eben um euch im Video jetzt berichten zu können, wie fand mein Freundeskreis, die Gruppe, den leichten Scarabus im Vergleich zu der hochprozentigeren Scarabus. Und sie waren von dem leichten mehr angetan, weil er sich eben leichter trinken lässt. Er hat trotzdem Geschmack und Bums und alles, aber er ist eben leichter bekömmlich. Und der hier hat eben so ein paar sehr spitze Noten. Das muss man mögen. Also wenn man jetzt auf der Suche nach was sehr runden, perfekten ist, ist das glaube ich eher nicht so der Drum. Er ist aber sehr intensiv, er ist gut dabei mit seinen Prozenten, der Alkohol ist schön eingebunden und er ist an sich ein guter Whisky, auf jeden Fall. Ich würde ihn jetzt wirklich nicht an einem Abend mit Freunden auspacken, sondern eher, wenn ich für mich was Höherprozentigeres trinken will oder wenn ich was sehr Rauchiges, mal geschmacklich sehr Intensives probieren will, was jetzt aber auch mich finanziell nicht in den Ruin treibt. Also der ist jetzt nicht ganz so teuer gewesen. Ich blende euch den Preis ein, weil ich ihn jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. So alles in allem ist das ein durchaus trinkbarer Whisky. Durchaus sehr gut trinkbarer Whisky. Ich gebe ihm 6 von 10 Punkten, eben weil er so gewisse Kriterien nicht erfüllt, wie ich kann ihn jeden Abend trinken und er ist immer geil. Also ich glaube zum Beispiel, so wie ich mich einschätze, gibt es Tage an denen könnte ich den nicht trinken. Dem habe ich keine Lust darauf. Weil es mir einfach zu intensiv, zu aromatisch ist. Dann würde ich lieber zum 40%igen greifen. Weil der hat mir sehr gut gefallen. Und der war so ein bisschen auch All-Time-Favorite in meinem Freundeskreis. Also der war die Menschen schon sehr traurig, als der dann alle war. Ja, das ist mein Fazit zum Scarabus Secret Islay Malt Bad Strength. Ich bin gespannt auf eure Vermutungen in den Kommentaren, welche Brennerei hier dahinter stecken könnte oder welche Fässer da drin sind, was mich auch sehr interessieren würde. Und allgemein, wie findet ihr den? Wie findet ihr Scarabus überhaupt? Habt ihr den 10er schon mal probiert? Würde mich alles sehr interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.